Yo, der Traffi hier und herzlich willkommen zu meiner Review zu der Boruto-Folge 121 am Hashtag Boruto-Immer-Noch-Kein-Manga-Plot-In-Sicht-Sunday oder so. Ja, es ist halt ein bisschen traurig. Also Leute, ganz kurz, um wieder on track zu kommen. Boruto-Manga ist wie jeden Monat absolut fire. Checkt ihn aus, mein Video ist dazu auch online, war mega, mega nice. Boruto-Anime ist, äh, ja, seit zwei Jahren eine Baustelle und diese Baustelle ist wie jede Baustelle bei euch in der Stadt. Da wird nicht dran weitergearbeitet und ihr seht nie Bauarbeiter bei dieser Baustelle. Aber irgendwann ist die Baustelle keine Baustelle mehr und das Gebäude oder was auch immer ist dann fertig. Dann werden wir auch irgendwann vielleicht mal den Manga-Plot bekommen in fünf Jahren oder so. Wie dem auch sei, wir haben in der letzten Folge ein wenig Anime-Plot bekommen. Und, äh, also guten Anime-Plot bekommen mit Sasuke, mit Urashiki, mit Otsuskis, mit Boruto und das hört sich hier erstmal fire an. Aber, Leute, ich möchte die News ungern für euch rüberbringen, aber es sieht danach aus, dass Studio Pirot, dass Boruto uns Zuschauer geclickbaitet hat. In der letzten Folge, Sasuke, wer hat ihn gehabt, Urashiki hat gekämpft, es war fresh, es war nice. Und, äh, ja, dann ist er halt in andere Dimensionen gegangen oder so und, äh, das war es so ziemlich. Diese Folge hatte den gleichen Vibe wie jede andere Boruto-Folge von davor auch. Aber es gibt eine Sache, es gibt eine Sache, die es wirklich diese Folge wert macht zu schauen. Dazu kommen wir gleich. Also, wie gesagt, Sasuke wurde gezeigt, ist aber jetzt für den Arc erstmal weg, kommt vermutlich gegen Ende wieder, kann dann ganz nice werden. Aber jetzt habe ich ein mulmiges Gefühl. Diese Folge war ein bisschen mehr meh, um es mal so auszudrücken, aber, ja, Leute, ihr kennt meinen Sonogakura-Hate, deswegen sollte das auch verständlich sein. Und zwar, die erste Passage aus dieser Folge ist, dass Boruto zu Gaara geht, der gegen Urashiki fightet, und dann sagt Gaara zu Boruto, hey, du weißt doch, wie gefährlich die Otsuskis sind, du warst doch Augenzeuge. Und dann denke ich mir, ja, Gaara, Boruto war Augenzeuge, du warst Augenzeuge, wir, die Zuschauer, waren Augenzeugen, du hast da auch ziemlich krass abgelostet, deswegen würde ich jetzt hier nicht so reden. Natürlich nur ein kleiner Spaß, ist mehr als verständlich, dass er so mit ihm redet, aber fand ich ganz lustig, weil seine Vergangenheit nicht wirklich besser ausgesehen hat gegen die Otsuskis. So, wir haben Shukaku, der läuft frei rum, und das ist cool zu sehen, weil die Bijous, also abgesehen vom Hachibi und Kyuubi, die wurden ja quasi freigelassen, und Naruto hat von jedem so ein bisschen Chakra, ist es eher so ziemlich die Telefonzentrale von allen Bijous, was sie miteinander labern können, weil ein Handyvertrag ist für die wohl zu teuer. Wie dem was sei, die Bijous laufen rum, und das ist eigentlich eine coole Sache, weil man halt in Zukunft sehen kann, wie die Bijous halt rumlaufen. Und ich finde, das alleine hat wirklich einen Wert und kann einige Boruto-Folgen eigentlich ziemlich cool machen, weil Hachibi, Kyuubi, Shukaku, Son Goku, das sind die Bijous, von denen wir am meisten die Persönlichkeit kennen. Dann machen wir einen Arc, vier, fünf Folgen, wenn es sein muss, gehen in ein anderes Land, und dort treffen wir ein Bijou und kümmern uns um den. Das wäre doch eine Story, die vielleicht gar nicht mal so verkehrt wäre, wie zum Beispiel Matatabi. Der ist eigentlich ziemlich fresh gewesen, deswegen sowas würde ich cool finden. Auf jeden Fall finde ich es sehr nice, dass man hier Shukaku frei rumlaufen sieht, aber ja, sehr hyperstrahlwertet die Folge nicht auf. Keine Sorge, das ist hier keine Pokémon-Episode. Und Urashiki, also Urashiki ist eine Geschichte, wo ich ziemlich viel Sorgen habe. Und zwar, Urashiki ist ein Charakter, der Aino Tutsuki ist, also sollte er doch irgendwie wichtig sein, würde sich jeder Anime-Zuschauer denken, der den Manga nicht liest. Und die Sache ist die, Urashiki gibt es im Manga nicht. Urashiki ist dort nicht irgendwo dran, es gibt keinen Urashiki. Also, er existiert vermutlich auch in der Manga-Welt, aber er wurde noch nicht gezeigt. Also, folgendes, Urashiki wurde für den Anime hinzugefügt, um dem Anime einen gewissen Flavor zu geben, dass man halt ein bisschen was hat, um zu sagen, hey Leute, schaut den Anime, hier ist Urashiki, das könnte eigentlich ganz cool werden. Und sein erster Auftritt war cool, sein erster Arc war nice und seine Fähigkeit ist auch super. Und Leute, er hat die Stimme von Lorna Zorro, da brauche ich gar nicht sagen, das ist einfach super, super geil. Aber ich werde das Gefühl nicht los, dass Urashiki immer mehr und mehr zu einem Charakter wird, der quasi folgendes aussagt. Hey Leute, der Anime-Plot ist zurück, diesmal mit einem Utsutsuki. Wir haben zwar keinen Plot, der die Story voranbringt, aber, seht mal hier, Urashiki, guckt rein. Also, für mich wirkt das so, wie ein Charakter, der hinzugefügt worden ist, einfach um den etwas älteren Zuschauer von Boruto einfach zu sagen, hey, guckt mal hier, die Story geht weiter, schaut den Anime. Das war für mich bis jetzt der komplette Vibe von Urashiki. Ich hoffe, ich hoffe wirklich sehr stark, dass das nicht so bleiben wird und dass Urashiki für das Endgame vom Anime als auch für den Manga wichtig sein wird. Aber bis jetzt habe ich bei ihm den gleichen Vibe wie bei dem Auge von Boruto, was natürlich in der Zukunft sicherlich eine Rolle haben wird. Dessen bin ich mir, ja, wie gesagt, sicher. Aber bis jetzt, 121 Folgen deep in Boruto, wissen wir den Scheiß über das Auge. Und ja, es ist für mich immer wieder so, dass man das Gefühl bekommt, dass es Gimmicks sind, also das Auge oder Urashiki oder andere Sachen, um den Zuschauer bei Laune zu halten. Es wird nicht weiter ausgeführt oder so, aber es soll, oder es ist Pseudo wichtig, jedenfalls bis jetzt. Also das ist immer eine Sache, die mir immer wieder und wieder auffällt. Was ich auch oft gesagt habe, Mushiki als Charakter finde ich super interessant, aber Urashiki, bei ihm habe ich den Vibe schon gar nicht mehr. Also weil er einfach nicht so rüberkommt wie jemand, der wirklich auch später wichtig sein könnte. Und Urashiki scheint auch nicht so der krasse Du zu sein. Ich meine, hey, wahrscheinlich hat er einen Plan oder so, was auch immer. Aber Gaara wurde beim letzten Mal der Arsch versorgt. Und hier, ja, funktioniert das eigentlich ganz gut gegen Urashiki. Deswegen auch so eine kleine Sache, die man vielleicht hier anmerken könnte. Ich meine, es ist nur Tsutsuki. Wir kennen Momoshiki, wir kennen Kaguya, wir kennen aus dem Manga vielleicht auch nochmal einen anderen. Und die sind eigentlich ziemlich stark. Ich meine, hey, er hat hier nur kurz versiegelt. Das wurde auch angemerkt, dass es fast unmöglich ist, ihn kurz zurückzuhalten. Aber trotzdem, das ist nur Tsutsuki. Deswegen so eine komische Sache an der Stelle. Und Shukaku hat anscheinend auch eine andere Stimme. Und jetzt kommen wir zu der Sache, die es wirklich wert macht, diese Folge zu schauen. Shukaku. Wir haben einen Teekessel, wir haben einen Bijou, der da rein befördert wird. Offenbar geht das dann, weil der Bijou das selber möchte. Also weil der Bijou freiwillig in diesen Teekessel geht. Oder Gaara hat irgendwie bei Mutenroshi das mal Fuba gelernt. Keine Ahnung, wie da was sei. Es ist cool. Es ist wirklich cool. Wir haben Shukaku in einem Teekessel. Und glaubt mir, Leute, das ist einfach fucking witzig. Das ist der beste Boruto-Charakter. Nein, natürlich nicht. Aber es ist einfach wirklich ein Mehrwert. Mir hat es gefallen, Shukaku zu sehen, wie er einfach am laufenden Band scheiße baut. Und Shukaku ist eigentlich 1 zu 1 Garfid. Aber ich weiß auch nicht. Irgendwie habe ich das gefeiert. So, das habe ich auf jeden Fall cool gefunden. Auch das Design fand ich super lustig. Ich meine, hey, die haben bestimmt darauf abgezielt, dass Achtjährige sich drüber lustig machen. Aber hey, mich haben sie anscheinend auch erwischt, muss man hier sagen. Und jetzt kommen wir zu Shinky. Shinky ist ein Charakter, der ziemlich cool aussieht. Ich meine, guckt euch seinen Mantel an. Der Typ ist einfach mega, mega nice. Er hat in der Schulumprüfung ziemlich gut für sich geworben. Ich finde ihn als Charakter, ähm, oder vom Kampfmuster besser gesagt, eigentlich ziemlich gut. Aber diese Folge zeigt mir mal wieder, dass ich absolut kein Shinky-Fan bin. Shinky ist in dieser ganzen Folge frei nach dem Motto, Boruto ist kacke, Gara ist der Beste, warum mögen ihn alle? Ich verstehe das nicht. Ich meine, hey, er ist ein bisschen jünger, ist naiv, macht schon Sinn. Ich kann das schon nachvollziehen. Leute, bleibt ganz ruhig mit eurer Tastatur. Trotzdem ist er einfach ein verdammter Stereotyp, der einfach so geschrieben worden ist oder einfach so acted, um der Folge etwas Drama zu geben. Um zu zeigen, hey, die beiden, also Boruto und Shinky, können sich nicht so gut verstehen. Das ist so der einzige Sinn, warum Shinky sich so benimmt. Also, ja, ist das so eine Sache, die ich nicht so nice finde. Und, ja, Gara tiezt dann an, dass Shinky etwas braucht, was Boruto hat, aber er selber nicht hat. Und da frage ich mich natürlich, hm, was könnte das sein? Vielleicht Style, Empathie, ein Gehirn, Charakter, Jutsu, die was bringen, ein Meister, der stark ist, ein Vater, der etwas drauf hat, oder was genau meinst du hier, Gara? Es sind einige Sachen, die dein Sohn nicht hat, die Boruto hat, also bitte nenn mir eine davon. Natürlich wird es nichts davon sein, aber, Leute, das ist halt so die Sache. Shinky ist einfach für mich, ja, Charakter ohne Charakter, wenn man so sagen möchte. Und Kankuru denkt sich dann auch, verdammt, ich bin echt zu alt für den Sch***. Wie dem auch sei, die Filler-Gegner werden dann wach bei Gara, weil Shinky, Kankuru und Boruto machen sich auf, ja, Shukaku nach Konoh zu bringen, weil, Leute, ich denke, ihr habt durch Naruto einiges gelernt, oder eine spezielle Sache gelernt, und zwar, Garas Lebensweg. Wie Garas Karriere funktioniert, warum er Kasekage geworden ist und warum er überhaupt noch am Leben ist. Und zwar, Garas Philosophie ist folgende, immer, wenn es ein Problem gibt, ist kein Problem. Das Problem schiebt man nämlich zu Konoha, zu Naruto, die machen das schon. Kasekage, Sunagakure, die können sich da raushalten, einfach rüberschieben. Ich meine, hey, Hashirama hat euch nicht damals sogar den Bijou gegeben und Konoha hat euch nicht mehrmals den Arsch gerettet. Und Naruto hat auch nicht den Krieg quasi fast im Alleingang gewonnen. Nein, nein, die Probleme werden auf gar keinen Fall immer nach Konoha geschoben, überhaupt nicht. Gara hat einige Sachen geleistet, wie zum Beispiel gegen, ja, Datora zu verkacken. Wir erfahren dann auch, dass Bijous pinkeln müssen, also die pinkeln in einen rein, wenn sie versiegelt sind, aber das war zum Glück nur ein Bait oder ein Joke von Shukaku, denn er wollte nur ein bisschen chillen. Also, ihr müsst euch das mal vorstellen. Shukaku und Gara sind ja eigentlich Homies. Ich meine, Shukaku ist wie Kyuubi halt so eine Zundere, der nicht zugeben möchte, dass er sein Herrchen mag. Und die Sache ist die, Gara ist am Versiegeln von Urashiki mit seiner Technik. Das heißt, dass, ja, das ziemlich zieht, das ziemlich wehtut und Shukaku verarscht einfach Boruto, um ein paar Minuten länger zu chillen und um Gara fast zu töten. Ja, das ist auch so zu mir der Plot, was das angeht. Und ganz ehrlich, Leute, Shinkis Rivalität mit Boruto ist genauso wie die von Pokémon Generation 2 gegen Maike. Es juckt einfach überhaupt nicht. Kankuro ist am Lagerfeuer dann voll Dieb und ich hatte so einen kleinen Vibe, Hey, Kankuro, du bist eigentlich ziemlich cool geworden. Hoffentlich droppst du jetzt ein paar diepe Sachen, aber ja, war ja nicht so viel. Und jetzt dann am nächsten Morgen kämpft er gegen die Leute und will sich darum kümmern, die zu besiegen. Und Kankuro, ich hab dich ja eben gelobt. Ich will dich auch ungeändert daran erinnern, was das letzte Mal passiert ist, als du, ja, gegen Puppenspieler in der Wüste gekämpft hast. Da, ja, ging das nicht so gut für dich aus. Aber die Sache ist, Kankuro ist eigentlich gar nicht so weak und dass er jetzt hier gegen diese Puppen-Heinis struggeln wird, weil, Leute, er wird struggeln, das wird definitiv klar sein, finde ich das ein bisschen, ja, das heißt ein bisschen, ich finde das schon mehr schade, weil, dass Kankuro hier gegen diese Puppen-Typen kämpft und struggeln wird, der einzige Grund dafür ist einfach, dass man Boruto und Shinki alleine haben möchte, damit sie eben ein weiteres Drama haben. Das ist so ziemlich der Plot davon, dass Kankuro hier gegen diese beiden, oder gegen diese Truppe kämpft. Also, wie gesagt, es ist wieder ganz, ganz, ganz einfaches Schreiben vom Boruto-Schreiber-Team, was hier an den Tag gelegt wird. Also, ja, Leute, wie gesagt, der Ark wurde krass geteased, diese Folge war wieder Boruto-typisch und ich hoffe, es geht in Zukunft weiter, besser weiter. Ich halte euch immer auf den Laufenden. Naja, wenn es überhaupt was zu sagen gibt, weil ihr wisst, bei manchen Boruto-Folgen kann das ein bisschen weggehen vom Plot her, aber, Manga, da garantiere ich euch, wird es immer wieder Plot geben. Also, ich bin damit raus, schreibt mir gerne eure Meinung zu dieser Folge in die Kommentare. Ich bin gespannt, was sich da ergeben wird, weil Top-Comments bei Boruto-Videos schon ziemlich böse enden können. Wie dem auch sei, ich bin damit raus, wünsche euch einen wunderschönen Tag, was dir gefallen hat. Daumen nach oben der Lassen und Abo auf den Kanal. Bis zum nächsten Mal, haut rein! Bis zum nächsten Mal.